Mein Name ist Jens Fuchs, ich bin Softwareentwickler bei der Firma Business Systemhaus AG und ich bin nach Bayreuth gekommen im Jahr 2016 aufgrund meines Mathematikstudiums. Ich habe mich entschieden hier zu bleiben, weil die Stadt sehr schön ist, sie ist angenehm groß, man kann alles super mit zu Fuß erreichen, man kann hier schöne Spaziergänge machen, ich habe guten Anschluss gefunden, die Parkanlagen sind toll, außerdem ist die Umgebung wundervoll. Allein schon die Nähe zur Fränkischen Schweiz ist hervorragend oder auch zum Fichtelgebirge. Bayreuth hat sehr viele mittelständische Unternehmen, die eben hauptsächlich regional aber auch teilweise überregional arbeiten und außerdem ist die Stadt sehr weltoffen und hat eine sehr gute Universität und damit auch sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich habe hier viele Freunde gefunden, mit denen ich zusammen Pen & Paper spielen kann, also Gesellschaftsspiele und ich bin auch sehr gerne mit Freunden hier unterwegs zum Spazieren und Wandern. Gerade eben wegen der Universität und wegen der vielen mittelständischen Unternehmen kann man hier sehr viel Erfahrungen sammeln, man kann sich sehr gut weiterbilden und das hilft einem dann im späteren Leben mit der Karriere. Besonders gefallen mir die vielen Parkanlagen, die vielen Restaurants, die hier sind, vor allem auch unterschiedliche Restaurants, damit für jeden Geschmack etwas geboten wird und mein Lieblingsplatz ist oder mein Lieblingsort ist das Schloss Fantasie und die zugehörige Parkanlage, weil ich die einfach nur atemberaubend schön finde. Man braucht gute Anschlussmöglichkeiten, man sollte alles erreichen können, das sind so die wichtigsten Punkte für mich. Ich kann mir vorstellen, hier auf jeden Fall auf längere Zeit zu bleiben, Potenzial sogar für immer. Gesang, Panneu. Gesang. Gesang. Bis zum nächsten Mal.